Herzlich Willkommen beim Finanztalk bei Follow my Trader mit dem lieben Christian und mit mir, ich heiße, du weißt das. Ich weiß wie du heißt, du bist der Andreas, aber es ist eine schöne Idee gewesen, dass ich deinen Namen in den Mund nehme und mich nicht selbst vorstellen muss. Schön, dass wir wieder miteinander sprechen Andreas. Ja und als ob wir uns auch abgesprochen hätten, wir haben beide heute optisch etwas Gleiches an und die Optik spielt auch bei der DAX Betrachtung eine große Rolle. Ich habe nämlich so einen Chart mitgebracht, der so ein bisschen die Allzeithochs ins rechte Bild rückt, aber zuvor, diese Woche gab es ja das Allzeithoch, von der Party ist aber jetzt nichts mehr zu spüren, oder? Nee, Party ist nicht wirklich vorhanden, ist aber jetzt sage ich mal so aus der Erfahrung heraus gar nichts Ungewöhnliches. Wenn neue Alltime-Highs markiert werden, meistens rutscht es dann nicht gleich direkt wieder weiter nach oben, sondern es gibt erstmal so ein bisschen auch die Verkäufe, da sitzen doch einige Leute dann auf Gewinnen, die ihre Gewinne mitnehmen und dann schaut man einfach mal, wie es weitergeht. Außerdem, ich sage mal, wenn man hier zur Seite bei mir rausschauen kann, so ein Stück, Wonne Monat Mai, in dem wir uns befinden, von Wonne ist da nichts zu spüren und ähnlich geht es vielleicht auch den Anlegern im DAX. Da gibt es so einen ganz berühmten Spruch, aber da weißt du mehr dazu. Da kommen wir gleich drauf zuvor auf den DAX Chart, da wollen wir ganz kurz drauf schauen. Und zwar habe ich das im Tageschart einmal farblich markiert, so ein bisschen hellblau, was der DAX für ein Verhalten zeigt an den letzten Rekordhochs, das erste Rekordhoch in diesem Jahr, oder nicht das erste, aber das an das wir uns nach Ostern mit Sicherheit erinnern, lag bei 15.501 Punkt und danach ging es am selben Tag zurück, also eine rote Kerze und die nächste Tageskerze am darauffolgenden Tag war ebenfalls rot, genauso bei dem nächsten Rekordhoch bei 15.538 Punkten. Da gab es sogar eine Kurslücke und eine starke rote Bewegung. Gestern auch eine rote Kerze, weil das Vortageshoch, also an dem Tag davor, das Rekordhoch bei 15.568 Punkten ebenfalls abverkauft wurde. Also das scheint so ein bisschen schon nach einem System zu klingen, oder? Ja, eine gewisse Systematik scheint da vorhanden zu sein. Es gibt natürlich einige Anleger da draußen, vor allem auch die professionellen Marktteilnehmer, die natürlich sehr auf die Charts schauen und gucken, wo sind die Abrellpunkte, wo werden die Hände wieder aufgehalten und so weiter. Und dementsprechend auch das würde ich jetzt wieder mal klassifizieren als normale Entwicklung. Vielleicht, ich sage ausdrücklich vielleicht, gibt es ja hintendran einen Ausbruch nach oben, vielleicht geht es aber auch nach unten und da kommt jetzt wieder der Mai ins Spiel. Jetzt kommt der Mai und der Wechselmonat ins Spiel, nicht nur beim Wetter, sondern es kann auch an der Börse passieren. Es gibt diesen Spruch, sell in May and go away und wir schauen mal historisch, ob das überhaupt Bestand hat. Auch dazu habe ich etwas vorbereitet und zwar schon seasonalcharts.de. Hier sieht man auf die Sicht der letzten 30 Jahre, wie sich saisonal der DAX wirklich in den einzelnen Kalendermonaten entwickelt hat. Und da überrascht es vielleicht, dass dieses sell in May gar nicht so pauschal genommen werden kann, weil im Juni gar nicht viel passiert ist, aber im Juli der Markt noch mal ein Stück weit höher geht, bevor er saisonal betrachtet etwas tiefer läuft. Hat man daher, und das wäre die Frage an dich, dieses sell in May nur genommen, weil es sich vielleicht so reimt. Der Spruch geht ja noch weiter. Ja, es liegt ein Stück weit nahe, dass das vielleicht daher rührt, weil mit Juli, wie du selbst gesagt hast, da lässt sich relativ wenig zusammenreiben. Irgendwas kriegt man bestimmt hin und das weitergehen. But remember to come back in September ist ja der Anschlusssatz quasi an die Mai-Phrase. Ja, es wird sich zeigen. Ich sage mal sowieso, dieses Jahr 2021, historisch nach dem sogenannten Corona-Jahr 2020. Aktuell, wir sind immer noch in der Pandemie. Die Frage ist, was ist stärker? Der Markt aufgrund dessen, was gerade aktuell vorhanden ist oder die Chartisten, die anhand der Charts den Markt handeln? Also das wird eine spannende Angelegenheit dieses Jahr auf jeden Fall. Was mir vorhin auch noch aufgefallen ist am Markt zum Beispiel, wir gehen Richtung Lockerungen aus den Corona-Themen raus und die Luftfahrtindustrie zieht an. Deutsche Lufthansa, MTU Aero Engines. Also es passiert was, was normalerweise, glaube ich, um diese Zeit so nicht passieren würde. Das könnte natürlich auch den gesamten Markt beeinflussen. Auch beim Fraport Flughafen in Frankfurt wurde es Terminal 2 wieder eröffnet. Also man darf hoffen, was da passiert. Du hast fundamental angesprochen und Charttechnik. Vielleicht noch die eine Hintergrundfrage an dich. Bei Follow My Trader, die Star Trader, handeln die rein nach Charttechnik oder rein nach fundamental oder ist das da auch ein bisschen ein Mix? Also wie immer im Leben der Mix entscheidet und da versuchen wir natürlich auch einen gesunden Mix hinzustellen. Unsere Star Trader handeln sowohl als auch die einen nach Charts, die anderen aus dem Bauch raus und aufgrund viel Erfahrung und das ist das Wichtigste überhaupt. Alle unsere Star Trader haben sehr viel Erfahrung in dem, was sie tun und dementsprechend als Follower, als Kunde bei Follow My Trader ist da das Geld in guten Händen, nämlich bei den Besten. Das ist ja unser Claim, weiß man ja mittlerweile und sehr gute Frage. Also wir haben alles. Wir haben den Mix. Sehr schön. Das würden wir gerne noch mal vertiefen in einer anderen Schalte, denn jetzt wollen wir erst noch das Wetter genießen. Solange es nicht regnet, schau noch mal gerne raus. Also bei uns sieht es ähnlich aus. Da wird kein Auge trocken bleiben und auch kein Rasen trocken bleiben auf jeden Fall bei dem Wetter. Ganz lieben Dank Christian und bis zur nächsten Schalte im Finanztalk bei Follow My Trader. Bis dahin Andreas. Tschüss, mach's gut. Ciao.